Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elie Gella, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich muss mal kurz ein Intro machen, nicht, dass da ein paar Sachen nachher falsch verstanden werden. Ganz kurz, im Mongass-Video, es war wirklich wieder salzig. Ein bisschen salziger als sonst, würde ich sogar sagen. Viele Kraftausdrücke, viele Tritte auch, wenn jemand schon gebrochen war. Ganz wichtig, ob das von mir kommt, ob das von jemand anderes kommt, das ist alles nur Spaß. Freunde, nehmt das bitte nicht zu ernst, weil manchmal verstehen das Leute falsch. Wir mögen uns alle, wir machen das, um euch auch ein bisschen zu unterhalten. Ist ja halt lustiger, als wenn wir uns da gegenseitig ganz ehrlich in den Arsch kriechen. Das heißt, alles, was in diesem Video passiert und gesagt wird, ist nur Spaß, Chat. Gute Freunde beleidigen sich halt auch manchmal. Besonders bei Videospielen, das werdet ihr da draußen auch wissen. Ähm, wollte ich nur mal vorher gesagt haben. Ich hoffe, euch gefällt das Video, Chat. War einer der ganzen Streams, ich war auch übelst oft Imposter, ich glaube viermal oder so. Lasst gerne umsonst ein Abo da, Chat. Bald die 800.000, irgendwie 40% der Leute, die die Videos gucken, haben noch kein Abo da gelassen. Würde mich natürlich freuen, für euch ist es umsonst. Dann verpasst ihr auch vielleicht auch nichts. Es kommt hier jeden Tag ein neues Video. Lasst gerne ein Like da für den Support, dann wird es mehreren Leuten vorgeschlagen. Und ja, viel Spaß mit dem Video, Freunde. Ach, äh, Sydney, ist das der Code? Ja. Die Girl ist drin. Nichts geleakt, weil ich kein Leaker bin. Ach du Scheiße. Das war E-Kenners, das. Nini hat geleakt. Ja, aber einer von Focus hat geleakt. Hä, wer hat denn geleakt? Einer von Focus. Alle bei der Wette dabei? Ja, Pistab. Sollen wir eine Wette machen raus? Hallo, außer ihr Kenner eigentlich. Der Erste, der würde es einen Wette haben? Okay, okay, wir gehen rein, Chat. Heute, wirklich, heute raste ich nicht aus. Sydney, bitte. Muss jetzt nicht sein. Muss nicht sein, Sydney. Ich war im Film. Oh! Nö. Warum kannst du dich reporten? Ach du Scheiße. Ach. Was? Doppel-Kil-Storage. Warte mal, ein Buchhau, wo du es hingelaufen war. Ich war am Admin-Table. Nö, wir sind lights fixen gegangen. Ich war mit Eli. Ich bin mit Eli runtergegangen zu Electrical. Und du bist nach rechts Richtung Communication gegangen. Ganz kurz, wer war denn an den Camps? Ich bin da Camps. Ja, also Eldos, du musst doch was gesehen haben. Echt? Ich hab nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen. Wer war denn in MadBait drin? Ich hab zwei auf Admin-Table. Ich bin Willi. Digga, man kann nicht mal von Storage wenden. Wieso können wir die nicht herausfiltern? Hä, die müssen irgendwo gerade sein. Du kannst was. Was? Eli, wenn das eine Schauspielerinlage ist, okay, okay, hab ich auch gesehen. Nein! Heute werde ich... Niemand wird heute gewinnen, wenn ich Crewmate bin. Sidney, Willi, Sidney, Willi, Sidney, Willi. Da passiert nichts. Guck's dir an. Geh ich nach unten. Willi kommt mir entgegen mit Reason. Da unten sind alle. Mickey, Reason, Willi, allesamt zusammen. Bucher ist nicht in der Nähe. Das heißt, wenn jetzt ein Killings ist, ist es Bucher. Wo ist Bucher? Digga, wollt ihr mich verarschen? Wie oft geht keinem das Licht aus? Mann. Okay. Kein schlechter Kill. Was denn? Eli war alleine. Eli, Jalla. Ura, gib mir deinen jetzigen Standpunkt durch. Jetzigen. Reaktor, habt gerade diesen Task gemacht. Ich bin rübergelaufen mit Mickey und Reason, da kann ich mich richtig dran erinnern. Mickey ist mit Eli gelaufen. Was? Und Mickey war die ganze Zeit mit mir. So ein krasser W***er ist das, ne? Die werden gewinnen, ne? Obwohl, die haben Bucher auf dem Schirm. Ich muss... Ich darf Elders nicht rausholen? Ja, weg ist er. Elders nicht. Oh. Reason. Also. Digga, Willi... Also wenn der... Das jetzt nicht... Ähm, Mickey im Reaktor. Also Elders war in Camps die ganze Zeit. Ja, kann ich bestätigen. Und dann gehe ich da wieder rein in Camps, Lichter gehen da gerade aus. Und jetzt gucke ich da und ihr seht da ein Buddy und Willi steht auf dem Buddy in Camps. Bruder, ich bin an den Camps. Nein. Ja, ich weiß, wer unter dir direkt liegt ne Buddy. Ja, aber... Willi, das war's. Hä, Micky, ich war an den Camps. Dann ist doch einer im Wendt. Jeder sein Standort. Jeder sein Standort. Nee, das Ding ist nur. Ja, ich weiß, wie es nur Micky sind. Oh, Sidney. Bitte nicht. Sidney. Oh, wir konnten uns von erster Runde clear, weil wir die einzigen waren, die ganz rechts waren. Und es wurden Double-Klick gemacht. Ich finde gerade irgendwie, dass wir die erste Runde ein bisschen vernachlässigt. In Storage einfach die Kills waren. Koray, ganz kurz. Ja, Koray. Niemand hilft Willi irgendwie. Ja. Und ich glaube, dass Ries und Micky sind. Oh mein Gott. Willi hat mich doch letzte Runde, äh, äh, gesagt, dass ich Sus bin. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt... Digga, Jungs, 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 ich schwöre, das waren drei Sekunden. Wir haben noch zehn Sekunden. Ganz kurz, ganz kurz. Ey, wartet mal. Koray, Koray. Die sind die einzigen, die sich safen. Micky, 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 Micky. Das, ey, Koray, das sind die Einzelnen, die sich safen können, auch bei dem Double-Kill. Oh, das war überträgt, Digga, warte mal. Ich habe Angst. Es ist doch... Oh Gott, die haben's gechokt. Die haben's gechokt. Ich habe als erstes an den Likes und Bucha hat die Likes nicht gemacht. Wie konnten die Micky rauswählen, wenn... Wenn's Willi... Du, mein Herz doch gesehen, wie konnten die Micky rauswählen. Die Tatverdächtigen sind Willi hat ja gesagt, Riesen und Micky. Micky ist schon raus davon. Also, wenn's die beiden sind, haben wir einen davon raus. Sit name. Ich vertraue dir einfach. Ey, bitte wählt doch mal jetzt einen raus, ihr von Idioten. Ich kann dich doch aber safen. Ich kann dich doch... Ja, weil der Report war. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Junge, es ist wirklich dumm, ey. Wer skippt, die haben's geschafft, Stopp zu drücken und schaffen es nicht raus, in zwei Runden Willi nicht rauszuwählen. Da sind noch zwei Imposter drin. Und wegen sowas verliere ich 50 Euro. Ich hab gesagt, Willi, ich schwöre, ihr seid... Ich schwöre, ihr seid... Ich schwöre, ihr seid... Ich schwöre, ihr seid... Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ich hab doch richtig extra gesagt mit, wir haben jede ein Paar. Wenn Willi raus sind, sind wir safe, dann ist einer safe raus. Ich weiß nicht, warum haben wir darüber nicht geredet. Ich hab's gesagt, wo er's gesagt. Wer hat gerade Willi gewählt, welche beiden? Wer war das? Ich. Und warum geht man nicht als Dritter da auch drauf? Ihr müsst das viel besser absprechen. Ich bin der Leidtragende in dieser Runde. In der ersten Runde passieren zwei Double-Kills. Ich sage mit Reason, dass wir rechts waren, kein Double-Kill gemacht haben. Dann kommt ein einzelner Kill. Reason bestätigt einmal nochmal, dass Willi auf der Leiche draufstand. In der Runde, wo Reason bestätigt, dass Willi auf der Leiche draufstand, votet ihr mich raus. Ich hab's doch nicht verstanden. Ihr votet mich raus, nachdem Reason gesagt hat, Willi steht auf der Leiche. Nachdem ich rausgevotet werde, votet ihr danach nicht Willi raus, weil er ja auf der Leiche stand. Obwohl er auf der Leiche stand, Digga. Ich kann dich verstehen, Michael. Bucher. Ja. Oh nein, mit Eldos. Sydney muss drinnen bleiben. Koray muss raus. Ikenna muss raus. Willi muss raus. Die müssen raus. Eldos, komm hier rein. Eldos, komm hier rein. Ich mach noch einen, ich mach noch einen! Zwei Leichen bei Electrical, vier Leichen. Ich war in Camps und dann ist der Event rechts davon. Was rechts davon? In Mad Bay hat er angefangen zu wackeln. Dann bin ich da hingelaufen, dann ist Koray links rausgelaufen, muss aber auch nicht sein, dass Koray ist es. Aber dann war Eldos auf einmal auch in Mad Bay. Reason, ich hab das aber auch gesehen, ich hab's auch gesehen, aber ich war in der Tast drinnen von diesen Flaschen absammeln. Omit war rechts und Bucher war mit mir auch rechts. Also no joke, es kann gut sein, dass es Koray ist, weil er halt gerade aus Mad Bay gelaufen ist. Nee, 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 nee. Es kann auch halt sein, was wir nicht vernachlässigen dürfen, dass vielleicht war es nur ein Kill, Ikenna hat ihn killed und Selfspot gemacht und dann gesagt, es ist ein Double Kill. Ja, dann fahrst du, dann... Nee, ich hab Omit rechts gesehen. Oh, gut gespielt, Eli. Niemand schreibt was in den Chat. Koray ist sus, Ikenna ist sus, Sydney ist sus. Bucher muss jetzt draufgehen. Ich hab das Connect bekommen. Oh, das ist natürlich jetzt bitter. In meine Tasche geht das hier alles rein. Omit könnte einer von denen gewesen sein. Ich darf Bucher nicht killen, Bucher ist mein Alibi. Oh, ich kenne... Junge, was seht ihr? Auch Disconnect? Ja, Jungs, wir haben zweit Disconnect schon. Nee, nee, bzw. ich wurde getötet und dann direkt da Disconnect bekommen. Ne, das ist scheiße jetzt, Digga. Wo ist es wieder? Eine übertriebene Scheißrunde. Ich glaub, ich hab einen... Reason, wo bist du? Ja, ich bin gerade an Sydney in Mad Bay reingelaufen. Sydney und Elie waren neben mir. Ja, dann ist wahrscheinlich Eldos. Leiche ist ein Reaktor. Davor ist Eldos runtergelaufen von da oben halt von Richtung Lower Engine und Richtung Surge. Omit ist hier gerade rausgeflogen. Es kann sogar sein, dass er einer von denen ist. Wenn wir jetzt jemanden falsch rauswählen, dann haben wir eventuell verkackt. Da seid ihr im Klaren. Elie Geller, wieso soll es Moment gewesen sein? Du hast gesagt, Moment war mit mir rechts am Anfang. Ja, aber er kann ja einen Kill von denen gemacht haben. Opa, auf wen, Bucha? Auf Eldos. Warte, ich geh auf Reason. Ich geh auf Reason. Nein, nicht einen auf den, einen auf den. Das ist doch übertrieben dumm. Oh mein Gott. Jungs, was machst du, Digga? Jungs, ich bin doch nicht mehr auf zwei. Was soll das machen? Jungs, ich war es nicht. Ich hab eh... Was ist denn, wenn Elie gerade mit Riesen zusammengelaufen ist? Was war das denn jetzt? Digga, ihr habt alles gewählt. Wieso haben wir jetzt die Votes so geteilt? Warum nicht jeder auf einen? Ja, ist alles stehen geblieben? Ich bin Riesenbucher. Hey, wie kannst du sehen, wer stehen geblieben ist, wenn Lighthouse sind? Oh mein Gott. Hey, wir drei standen da. Wir drei standen da, direkt nebeneinander. Jetzt geht das wieder los. Ey, wisst ihr was? Weht mich bitte raus. Ich versuche, ihr nur zu helfen. Ich hab keine Nerven, sowas. Ihr wählt random irgendjemanden raus. Ich skippe das Ding oder Riesenheit wählen. Ich stehe da, damit ich reporten kann. Und ihr sagt... Digga, wenn ich jetzt Imposter wäre, hätte ich jemanden gekillt. Wenn ihr mich jetzt rauswählt und irgendeiner von den Impostern irgendwie gekickt wurde oder so, habt ihr verkackt. Deswegen ist mir eh alles scheißegal. Ich wähle mich jetzt selber. Macht euer Ding. Die beleidigt den Leber. Wir gehen wieder auf Eldor. Auf Eldor jetzt. Alle gleichzeitig bitte auf jemanden. Nein. Alle auf Eldor. Ja, ciao. Eli hat gesagt, er wählt sich selber, aber hat sich nicht selber gewählt. Das macht mir auch gerade ein bisschen Angst. Ich hab Eldor gewählt. Aber du hast gesagt, du wählst dich. Ja, hä? Mann, Digga, ich hab jetzt Eldor gewählt, weil ihr meintet, wir gehen alle auf Eldor. Und so hat es nur Sinn. Alles gut, Freunde. Hat geklappt. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Guck mal bitte, Eldor. Er macht auch keine irgendwie mal hier so ein... Irgendwie, weiß ich nicht. Zit für Seelenfried. Ich hab... Wir haben eh verkackt. Wir haben verkackt. Allein wegen Gentars. Wo sind die eigentlich... Ich finde niemanden. Ich hab niemanden gefragt. Deswegen hat der Eldor so beschützt und ist auf Reason gegangen. Ah! Aber wie dumm war das, dass er da ein Reason killt? Warte mal, was ist denn jetzt hier los? Äh, gleich in den Camp. Und wo ist Gela? Ich bin Storage. Du bist Storage? Wir kommen nach Storage. Hey, Storage kann nicht sein. Ich war Atme-Table. Da war keiner. Ich bin Storage. Ich bin Storage. Warte mal. Ich bin Storage. Also, we talk. Ich bin Storage. Wir waren die ganze Zeit zusammen, wir drei. Ja, cool, Digga. Dann weht mich noch. Digga, ich hätte gewonnen, ne? Hätte ich einen von euch gefunden. Eli, weißt du, welche Frage ich mir stelle, Bruder? Was? Wieso ist Sidney auf einmal der beste Crewmate ist und letzte Runde so choked zum Beispiel. Oh, oh. Oh, ich hab hier ein Oh-Oh gehört. Eli? Ich hab hier ein Oh-Oh gehört. Warum wurde hier gerade Oh-Oh gesagt? Was war das denn, Eli? Ja, ja. Ich hab ihn so auf dem Schirm. Ehe? Hier wird noch einer richtig fett wegbeleidigt, glaube ich, heute gleich. Hier passiert schon wieder gar nichts. Ähm, Cafeteria. Also, lights man aus und dann ist der, der Volt hat wieder links. Also, wenn man oben von Weapons in Cafeteria reingeht, lag der weit oben rechts. Und oben links, unten links, meine ich, war dann wieder so ein Volt. Erstens, du kannst echt scheiße erklären am Anfang immer. Wenn du die Leiche findest, kriegst du immer Kopfschmerzen. Jemand hat mir gerade auf Disc, also irgendein Zuschauer hat mir auf Disc geschrieben, wenn passt das denn, das heißt, äh... Ja, dann wäh doch einfach nein, ja. Ne, ich sag nichts und verlassen das Spiel meine ich. Also, Jungs, ich hab ja vor einem Jahr oder so hab ich Among Us ein bisschen gespielt, aber ihr alle seid mit Abstand der verlorenste Haufen, der mir je runtergekommen ist. Warum hat Sidney am Anfang gesagt, oh, oh, ich möchte da eine Begründung haben? Illy, ich hab mal eine andere Frage. Ja, und dann hat Micky gesagt, warum ist Illy mute? Und dann dachte ich, dass sie da hinten sind. Illy, ich hab mal eine andere Frage. Ja. In der ersten Runde wurde ich hier komplett vernichtet und rausgevotet. Ja. Und du wagst es letzte Runde, mich als erstes zu killen darauf? Ja. Um den Bruch weiter fortzusetzen. Du bist noch nicht so lange in unserer Runde hier drin. Hier wird Bruch groß geschrieben. Bruch ist der zweite Vorname von vielen. Ja, aber sonst geht es nicht. Ich kenne es draußen, ich kenne es draußen. Perfekt, Digga, also sind hier acht Leute jetzt nicht mehr da. Naja, das ist eine Drecksrunde. In Post-Armelie gewählt. In Post-Armelie gewählt. Ja, haben sie wirklich, Digga. Bitte lauft Teammates mit mir. Einer, der Teammate ist mit mir laufen, sonst verlieren wir. Sie werden mich nämlich jetzt killen. Mann. Sidney strapaziert schon wieder übrigens. Ich glaube ihn nicht mit diesen Oh-Oh. Ich bin full-mute. Darf ich nicht mehr full-mute sein oder was? Ich brauche Teammates, ich brauche Mods. Ich brauche hier, ich brauche Reason. Reason ist safe. Der macht keinen Self-Report. Was ist das überhaupt für ein hässlicher Skin, den er da hat? Waiting for Reason. Warum denn? Achso, Reason, Mad-Base-Kin. Ich habe auch noch Mad-Base-Kin. Okay. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Okay. Wo ist die Leiche? Äh, in Camps. Raus aus dem Schneider sind... Ey, der kill ist gerade passiert. Eli, der kill ist gerade passiert. Okay, letztes Hemd darauf. Omed, Eldos, Willi. Ich sage sogar zwei von den drei sind es. Eli, Reason sind raus. Kurze Frage, warum hast du mich auf dem Radar? Weil du immer links chillst in den Camps. Und du brauchst mir jetzt auch gar nicht kommen mit deiner verkackten, beleidigten Leberwurstart. Damit dich niemand wählt, ich wähl dich jetzt, ich werde dich auch trotzdem wählen. Du kannst so beleidigt sein, wie du wählst, Digga. Okay, ich bin Eli. Beleidig sein, wie du willst. Du kannst so beleidigt sein, wie du wählst. Ich werde dich wählen, diese Deine Masche zählen. Schade mal, hier. Jedes Mal dieses verkackte... Auf mich, auf mich, auf mich, auf mich. Ich werde auf mich gehen. Jedes Mal, wenn ich hier nicht sowas mache, Digga, verliert man hier die Russen. Eli ist mein Imposter. Micky, wo bist du lang gelaufen, nachdem du in Admin warst? Äh, unten lang. Okay, Omed, wo bist du? Bei Navigation, rechts. Also, ich bin ein bisschen... Omed, Eldos, Willi, Omed, Eldos, Willi. Ja, einer, der sagt doch mal, Willi wählen. Bei sieben wählt man nicht, ne? Bei sieben wählt man nicht, sieben wählt man nicht, sieben wählt man nicht. Sieben wählt man nicht. Ach, du Scheiße. Okay, zwei Imposter gehen auf mich. Die zwei Imposter haben mich gewählt, Eli. Die zwei Imposter haben mich gewählt, Eli. Hast du mich gewählt? Hast du mich gewählt? Ja, ich hab dich gewählt. Okay, zwei Imposter haben wirklich Willi gewählt, glaube ich. Weizen, das ist nicht, ich fühl mich wohl bei Weizen. Wo ist Weizen? Ich muss halt Task machen, aber ich sterbe dann. Was? Achso, er war in den Camps. Er war in den Camps. Kurzer Prozess. Mach mal Omed raus, Omed, Eldos. Ja, Eli, ganz kurz. Ich rede hier gerade nur mit zwei Personen noch. Das geht an Eli und Weizen. Ohne große Politik. Wir sind es nicht. Es ist Eldos und Omed. Ich hab beide einen Ben-Sping-Fing. Okay, okay, okay. Erst Eldos raus, dann Omed. Siehst du, ich möchte es geklippt haben. Ich habe gesagt, Willi, Omed, Eldos, zwei von denen sind es. Okay, letztes Hemd darauf, Omed, Eldos, Willi, einer, ich sag sogar zwei von denen drei sind es. Da möchte ich auch mal einen GG jetzt haben. Wen habt ihr beide gewählt? Eldos raus, Eldos raus, Reizen, Eldos. Wenn die O2 machen, müssen die Doppelposition, muss mit dem Imposter besetzt sein. Eldos, push die Mikuras, drück jetzt auf dieses, ähm, diesen Haar. Wenn dieser O2-Alarm kommt, da wo Omed mitgeht, muss doppelt besetzt sein. Dass wir gleich reporten können. Okay, okay, okay. Ja, wir laufen einfach alle die ganze Zeit mit Omed. So, und jetzt? Das hab ich jetzt nicht gecheckt. Nein! Einer muss nach oben laufen, oder? Ey, ich glaub, wir schaffen das nicht. Eli, du kannst doch rausgehen mit Escape. Eli, wo soll ich Escape raus? Warum ich? Warum ich? Ich hab extra gefragt. Ich hab alles schnell getan. Ich hab meinen Job getan. Yes! Ich hab meinen Ding getan. Die zwei größten Falschgelder holen. Ich hab meinen Ding getan. Oh, 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 man. Ich bin nach oben, nach unten gelaufen. Ich hab so schnell gemacht, wie es geht. Ist nicht meine Schuld. Warum ist Willi nicht mit nach oben gelaufen? Weil ich am Scheiter drücke, man. Wir sind zwei, wir sind drei Stück. Mann, Digga, also, ich spiel in nächster Zeit nicht mehr um Subs, ne? Mach ich nicht mehr. Ich bin Top 3 Crew, mate. Ich bin gerade Top 3. Der Männer bis heute nicht bekommt. Oh mein Gott, wer hält das? Du musst mit mir hochlaufen, hätte ich, guck mal, jetzt sag ich den Call. Wenn ich hier hinlaufe. Okay, Alter, ich drücke auf Stop. Wenn wir ihn jetzt nicht rauswählen, dann nein. Bitte. Nein, 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 nein. Nein, ich wähle nicht aus Erl. Ey, jetzt bin ich da nicht ehrlich. Oh, ey, ich habe das nicht gehabt. Was hat er gesagt? Ey, Kurz und Stop. Ich hab gedrückt, Korrel. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin oder Ali. Ich hab's auch gehört. Stopp, der Typ hat sich gerade ein Gewedet. Und ich hab das nur aus Spaß gesagt. Aber warte ganz kurz, wieso sagst du auch Spaß, oh mein Gott, wenn das, also, check ich nicht. Wo ist der Spaß? Ich seh den Spaß nicht. Ich seh den auch nicht. Digga, aber wenn er's jetzt nicht ist und dann wir noch mal verlieren, dann kann ich das alles nicht mehr. Sag mal nur, ob du's warst, denn Mate hat dann eh keine Chance mehr. Weetalk, du warst das nicht? Ne, ne, ich war's. Er lacht, er war's. Ich weiß es nicht, Digga, wenn er's jetzt nicht ist, ne? Wartig, ich war's nicht. Aber warum sagt man, oh mein Gott, wenn er's nicht ist? Check ich nicht. Ich weiß, dass du mich hörst, ich will ne Antwort. Aus Spaß. Was ist denn daran lustig? Bei einem Spiel, wo's ums Lügen geht und wo man niemandem vertrauen kann. Wenn er's nicht ist, check ich aus. Wenn er's nicht ist und jetzt hier nochmal welche gewinnen. Mann. Boah, seh ich schon, ich muss ganz viele Leute bannen in den YouTube-Kommentaren. Ich muss noch viele Leute bannen in den YouTube-Kommentaren. Liegt da ne Leiche? Weil ich ein krasses Auge hab, Doppelkill. Okay, niemand bewegt sich. Eli, du warst Security und hast diese Dinger, glaub ich, gemacht, ne? Ja. Genau, du bist grad runtergelaufen. Bei Reaktor liegt die Leiche genau vor dem Sailpoint. Nee, aber du kannst davon da wenden. Deswegen frage ich dich ja, ich hab dich ja runterlaufen sehen. Nee, da war niemand. Die zweite Leiche liegt Lower Engine. Falls es hier irgendwie weiterbringt. Mann, Digga, wenn es Eldos nicht war, haben wir schon wieder verkackt, Digga. Wir sind sieben, nächste Runde muss weg. Irgendwann auf dem Schirm. Ich hab Matt Baskin, Willi doch mit mir. Warum nicht? Okay. Ganz, ganz schwierige Runde. Mann, das regt mich immer noch auf die Runde von vorhin. So, Willi und Sydney müssen mich beide safen. Oh Gott. Mitte, links, Mitte, links, rechts. Mitte, links, rechts. Mitte, links, rechts. Mitte, links, rechts, Mitte. Ich sag mir nicht, das sind die beiden W***er. Stummbeine. Wenn sie jetzt ein bisschen schlau sind, dann wissen sie, was los ist. Okay. Ich hab Micky, äh scheiße, Micky zwischen Reactor und Security gefunden. Bitte Koray Ikenner, aber Ikenner ist noch drin. Okay, ich sag mal erstmal nichts dazu, ich würd erstmal hören, was ihr sagt. Ikenner, wo warst du, was hast du gemacht? Ich hab Aufgaben gemacht, ich war überwiegend auf der rechten Seite. Wer hat die Leiche reportet? Reason, ne? Ich, ja. Und Reason, du standest ja bei dem Reactor und hast ja anscheinend das Feld gemacht, wo man so durchzählt dieses Bild. Ich war doch die ganze Runde mit denen. Ich hab Koray und Ikenner nicht einmal gesehen, die haben mich nicht einmal gesehen. Ich bin die ganze Zeit mit Willi und Sydney gelaufen und ich sag, Willi, lauf mit mir. Äh, es sind, glaub ich, safe noch zwei Impostor. Mir kam das gerade zuvor in der Runde, als hätte Koray gewollt, dass ich ihn safe und dass er mich deswegen nicht gekillt hat. Und weil es gut gespielt ist und ich keinen Impostor auf dem Schirm hab, also wirklich niemanden, dann würde ich jetzt Koray wählen, WageW. Nein, 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 nein. Ich hab doch am Anfang gesagt, dass ich jetzt erst mal euch reden lasse, damit ich gleich damit kommen kann. Willi kommt gerade aus Elektrikkel raus. Ich wollt erst mal wissen, wo die Leiche ist. Ich könnte jetzt rein theoretisch, nein, ich weiß was du weißt. Du würdest mir sagen, ich könnte gewendet sein, aber. Zehn Sekunden, zehn Sekunden. Aber das Gleiche. Ich würd Willi wählen. Ich würd Reason. Ich vertraue dir keiner. Nein. Ich geh auf Willi. Ich geh auf Willi. Ich geh auf Willi. Ich geh auf Willi. Ja und jetzt? Alle einfach irgendwas werden, Jungs. Dann ist es dann auch wieder. Was jetzt, Reason oder Willi? Wer ist es denn jetzt, Mann, wer ist es denn jetzt? Na, Mann, Mann. Let's go, David. Kurze Frage, kurze Frage, kurze Frage. Ikenna, Koray und Reason, habt ihr mich einmal in der Runde mit euch laufen sehen? Das bewaffst ich bei mir in der Nähe. Nee, ist korrekt. Ich war die ganze Zeit mit Sydney und Willi und ich habe zu Willi gesagt, er soll bitte die ganze Zeit mit mir rumlaufen. Ich bin dann tot. Ich gehe nach oben. Da macht er noch Sounds nach. Ich bin nicht mehr am Giftsabs. Ich habe die letzten Monate, habe ich mal nachgeguckt, 800 Euro verloren. Doch gut. Hast du schon mal gewonnen, Eli? Ja, und weißt du, was ich auch kann? Dich stummen mit deinem *** Gesicht. Oh nein, bitte nicht. Nein, nein, das zerstört immer. Ich habe ihn gemutet. So, Ikenner, Eli sind jetzt ohne, ne? Wissen was? Kälter. Bin ich mit diesen ***? Ich bin mit diesen ***er. Eigentlich könnte man das so krass spielen jetzt, ne? Weil ich die ganze Zeit auf ihn gehe. Eigentlich könnte man das die ganzen... Ach, ich bin ohne Subs drin. Digga, jetzt gibt es hier eigentlich so viele Möglichkeiten. Ikenner, warst du an den Camps? Ja, Ikenner. Wer ist aus Mad, ist einer aus Mad Bay rausgekommen? Ja, da kam keiner raus, oder? Ja, ja, genau. Ich spekuliere mit Wenn. Also, ich habe Sydney gewählt. Soll ich mal richtig beleidigt sein? Ich war an den Camps. Ich war doch da oben, Sydney mit denen habe ich auch gesagt. Was sagt der ***er? Was sagt der ***er? Übrig bleibt. Wo ist er? Wo soll er denn sein? 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 Sydney, theoretisch gesehen... Moment, sag ihm, sag ihm, ich gehe auf ihn. Mann, ich muss reden die beiden dazwischen, weil sie sich gestürmt haben. Es ist so schlimm. Da willst du auf Ehe gehen, Sydney jetzt, oder? Digga, wenn das jetzt passiert, ungelogen, dann rass ich aus. Sydney, chill. Wenn ihr mich jetzt rauswählt, dann rass ich aus. Du kleiner ***er, Dinger. Sydney ist so ein krasser Knecht. Wer glaubt ihr, wir werden das Ding hier gewinnen? Die chillen alle zusammen. Jetzt, 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 jetzt! Äh... Na, wolltet ihr einen Double Kill machen, ne? Hast du den erwischt, oder was? Wo ist denn die Leiche mitgegeben? Warte mal, wo... Äh, links. Bei Reactor. Ich stand da mit Sydney und Eli und Reason kam. Und ich glaube, Sydney hat, äh, Reason direkt gekillt. Und ich hab direkt auf Rebot gedrückt. Das glaube ich nicht. Ey, Sydney, du hast doch gerade eben gesagt, Eli hat ihn weggemacht. Digga, jetzt mal Real Talk. Dieser Scheißknecht. Ich spiele nicht mehr mit Sydney Friede zusammen. Ich meine das krass ernst. Ich meine das ernst. Ich spiele nicht mehr mit Sydney Friede. Eli, Eli, Eli. Wo ist Sydney Diskussion jetzt? Wer hat gekillt, Eli, aus deiner Sicht? Digga, ich hab's nicht mal was gesehen. Also, Sydney, es ist unmöglich, dass man den nicht sieht, weil Eli sagt... Also, ihr müsst Sydney rauswählen. Warte mal, was ist denn hier so passiert? Ey, Sydney, was ist das für Argumentation? Du sagst entweder Micky oder Eli raus. Ey, du sagst, Eli hat ihn weggemacht, Bro. Ich, wie ihr wisst, ich hasse ihn, aber ich glaube nicht, dass er es war. Können wir jetzt einfach einen rauswählen, wenn Sydney schon sagt, den weggemacht? Bitte Sydney wählen. Noch 8 Sekunden, Mann. Ich sage, ich... Aber es kann sein, dass Micky killen wollte, habe ich reportet, hat auswes sehen. Ich hab das Gefühl... Junge, Alter, mir reicht. Ich geh jetzt... Ich werde jetzt an den Camps chillen und werde alles beobachten. Also, bitte, Sydney und Eli. Die hören nicht auf, Micky. Ich verstehe die ganze Diskussion, wir wollten jetzt hier einen raus. Ja, Sydney und Eli sind's, bitte. Was ist denn mit dir los? Ich hab Sydney in der ersten Runde gewählt, ihr Vollidioten. Ich sag die ganze Zeit... Ja, weil das... Eli, weil das deine Politik ist. Es kann nur Sydney und Eli sein, so, also nochmal ganz kurz nachdenken. Sydney erfasst ihn, Eli checkt es zu spät. Fehlt mich nicht. Ich hab's nämlich gerochen und reporte direkt. Deswegen sind Sydney und Eli die Imposter. Hier wählen vier Leute. Vier Leute, bevor ich überhaupt rede. Und da fängt es doch schon an, Digga. Ich weiß nicht, wen ihr jetzt hier gewählt habt, aber ihr macht das auch wirklich dumm. Und deswegen... Ja, Sydney, weil Micky gesagt hat, er denkt, ihr fehlt. Ja, aber dann geht's hier auf mich. Digga, ich komm von unten nach oben gelaufen. Und vier Leute wählen hier direkt. Haben jetzt alles irgendwie gewählt. Und du kamst nicht von unten nach oben. 50 Euro raus. Du standst in der Mitte. Ich kam von unten nach oben. Und ihr habt einfach den Double Kill abgewartet. Ihr habt den Double Kill abgewartet und habt es nicht hinbekommen. Guck mal, Micky, Micha, wenn du der Imposter bist, dann kriegst du einen Orden. Ich mein's ernst. Also, wenn das geschauspielert war. Es war nicht meine Schuld. Sydney hat Micky nicht gekillt. Janon. Ich krieg ein Rappel. So, einmal ein kleines Notfall-Meeting. Ich möchte auf mein Predigt weiterhin beharren und sagen, Eli hat einen Double Kill verkackt. Und ich möchte ihn raus posten. Darf ich jetzt auch mal was machen, bevor ihr alle wieder rumvotet? Er f***t euch sowas von krass. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Er hat seinen Föhn unter seinen irgendwelchen Hosen oder sonstiges, Digga. Der Föhn ist an. Hier sind noch zwei Imposter drinne. Wählt mich raus. Viel Spaß. Mich juckt's eh nicht, weil ich nicht mit Zaps drin bin. GG von mir an dich, Michael. Krass gespielt. Aber ihr seid der Knüller. Eli, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Dass ihr Sydney rausgewählt habt. Ohne, dass ihr Sydney rausgewählt habt. Ohne, dass ihr Sydney rausgewählt habt. Micky, ganz kurz nach einer Aussage. Hier sind noch zwei Imposter drinne. Aber mich wundert heute gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wer es ist. Micky ist der eine mit jemand anderem. Er knallt euch ohne Ende. Wenn's Eli nicht ist, ist es Micky zu 100% und halten ihn safe raus. Micky, wenn er es nicht ist, bist du auch im Weltall. Ja, bin ich auch im Weltall. War richtig oder was, Micky? Aber in der ganzen Geschichte hat Sydney es nicht geschafft, den zweiten Kill zu machen. Nicht ich. Ich muss dazu sagen, Sydney hat den zweiten Kill nicht gemacht. Ich hab Weasen gekillt. Sydney hat Micky nicht gekillt. Ganz kurz, hättet ihr mich in dieser Situation rausgewotet, hätte ich mir für nächste Woche sofort eine Delfin-Therapie gebucht. Nee, das war nicht ernst. Dann habt ihr ja die ganze Zeit bei den Meetings dieses Streit und so vorgeträchtet. Nee, das meinte ich auch ernst. Ich glaub's nicht. Jetzt kill ich Sydney. Also eigentlich regt mich dieses Spiel nicht mal so sehr auf, aber Sydney regt mich in diesem Spiel echt doll auf. So doll, doll, doll. Weil er so eine klugscheißerische B***-Art an sich hat, die ihr denke ich auch checkt. Und das triggert mich so hart. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ich bin einfach weg-to-beg. Koray, was machst du denn hier? Geh raus. Geh raus in die Welt. Ja, ich will halt nie so viel, so früh Leute killen, chatten. Dann muss jetzt Koray ein bisschen mal was machen. Ich hab Ikenna gefunden, links oben vor dieser Bloop-Task, bei dieser 1, 2, 3-Task. Also dort. Omit, was war deine letzte Task, die du gemacht hast? Bei Madbay diese Reagenzgläser abfüllen. Also Omit ist auf jeden Fall oben links von Reaktor gelaufen in Madbay rein. Er stand da ziemlich... Warte, Miki, wenn du durchgehend Camps warst, dann musst du die Kämter noch gesehen. Stopp! Und jetzt ist der Punkt, Miki war die ganze Zeit an den Camps. Ja, ich war mit ihm. Du hast Omit nicht gesehen, Miki? Ich war mit ihm. Ich hab Omit wollte gerade auf Miki gehen. Deine Andeutung war, wenn du an den Camps wärst, er war an den Camps. Ich war mit ihm an den Camps. Ich weiß, aber der hat ja trotzdem nichts zu sehen. Ich glaub, du hast die Kämter gekillt und bist jetzt bisher auf dem Stream, auf Miki. Ich will das nicht. Ich hab nur gesehen, dass Miki so lost rumgelaufen ist. Warte mal, du hast Tars gemacht? Mehrere Tars? Ja. Welche Tars hast du denn davor gemacht? Obwohl die Frage schreibt... Er hat bei Electrical halt die zwei Tars dort. Also von Electrical bist Madbay komplett auf der dicken Seite. Das war schon ein bisschen länger her. Du warst am Anfang wieder um Electrical. Er ist die ganze in den Camps. Ich will noch mehr abnehmen. Miki stand die ganze Zeit bei den Camps. Ich hab so ein beliebender Miki. Nix eine Lüge, es ist Omed. Gute Kills, Koray. Stark. Jungs, ich quitt. Ich wurde gespoilert, wer es ist. Nice. Koray, mach ihn weg. Mach ihn weg. Okay, ich glaube es ist einfach. Miki. Ja? Du warst mit mir atmen, ne? Und mit Willy. Ja. Ja, und ich bin jetzt gerade nachdem Reaktor angegangen ist, bin ich halt unten rumgelaufen bei Storage Richtung Lower Engine. Dann liegt unten links drin die Leiche bei dieser Tars. Also, dann können wir uns drei ausschließen, würde ich sagen. Entweder machen wir, wir machen jetzt ganz normal weiter, machen unsere Tars, was ich viel sinnvoll behalte, bevor wir irgendeinen... Ja, meinst du, dass einer raus, Omens war? Ja, weil sonst hätten sie einen Double Kill gemacht. Dann hätten sie schon... Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist jetzt die Leiche? Ich hab halt nur auf der Lower Engine. Ich hab halt nur auf der Admin-Karte gesehen, dass du in Communications oder irgendwo rechts bist, dann Willy jetzt. Ja, dann Michi und ich halt Admin, dann waren halt zwei Reaktor und die Leiche Lower Engine. Wir haben Koray oder Elia zum Poster. Genau, genau. Aber wir dürfen keinen rausgehen, weil dann würden wir uns selber ins Bein schießen. Aber Leute, ich war auf dem Weg, ja, nur damit ihr es mal hört, nur damit ihr hört, ich war gerade auf dem Weg, um Reaktor zu fixen. Konnte Willy nicht Self-Report sein? Hä? Nein, nein, nein. Mach mal Skipper, mach mal Skipper, mach mal Skipper, mach mal Skipper, mach mal Skipper. Hä? Digga, warum wählen die nicht einen von uns beiden raus? Wie dumm. Doppelkill, wir haben gewonnen. Koray, komm mit, Doppelkill. Koray. Koray. Eli, GG. GG's, hä? Warum haben die uns nicht rausgewählt? Ja, keine Ahnung, weil... Miki und Bura sind safe und Willi ist safe. Weil Willi sich sicher war, dass Omels war und wir noch einen haben. Ja, nee, nur ich war es sicher. Das war nicht so geil, dass Omels safe war. Ich dachte mir so, ja. Digga, das war ja scheiße. Digga, und Eli und du bist eine Runde davor, bevor ein Giftstats rausgegangen ist. Ja, Mann, dieser Digga, ich gehe mit dem Platz raus, letztendlich, Digga. Ich kill einfach Sydney nochmal. Einfach so. Einfach so, weil ich will. Wo befinden sie sich? Wo befinden sie sich? Und du bist raus. Und weiter geht's. Und wir machen weiter. Oh nein. Digga! Scheiße. Nein! Er sieht's nicht. Oh mein Gott, er hat sich gesehen. Würde ich einfach auch direkt wegmachen. Letzte Runde. Oh nein, eine Sekunde. Beatmen. Also direkt an dieser, das ist ja an diese Leit-Task. Am Download-Dingster. Direkt am Anfang ungefähr. Ja, genau, Mann. Ganz kurz, ich habe eine Frage an meinem Brrrr. Ja. Krabbelt der Finger oder wie war das? Also, ich wollte nur wissen. Wie? Was krabbelt? Du standest ja bei der Cafeteria und ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Nein, nein, nein. Nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, da kam jetzt ein Call. Den Knechten werde ich jetzt so wegmachen und rasieren. Digga, also es ist die letzte Runde des Tages, mein Freund. Ich habe hier meine Subs vorgelesen. Okay. Ich habe mich im Preis gelesen. Ich wollte nach oben rennen, um eigentlich Emergency zu machen. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, Bucher ist aus dem Band gesprungen und rechts. Bucher wird sogar passen. Ich glaube auch, ich habe Bucher. Digga, ich komme gerade, ich komme unten von Storage. Ich bin aus dem Band gesprungen. Reason One Communication. Ich gehe nach rechts, ich gucke, er kommt genau aus der Ecke von dem Band. Wen will dir, wen will dir? Ja, weil ich die Aufgabe gemacht habe. Bucher, Bucher, dann geht auf Bucher. Junge, ja. Warum wählen wir auch? Viel Spaß. Ja, clever. Oh mein Gott, das war dumm. Ja, das war so dumm. Wo ist Niklas? Niky, Niko. Mach ich weg, Bucher, mach ich weg, mach ich weg, mach ich weg. Die Camps sind an. Wo ist Niko? Licht da wieder aus, Stromrichtung. Zack, aus. Niko, wo bist du? Mach mal weg. Wo ist Amit? Ist okay. Niko, 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 Niko. Niko, Niko. Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Oh. Mach ich weg, Koray. Licht da aus. Nein, die rennen da jetzt hin. Die rennen da jetzt hin. Also, das einzige, was ich mir vorstellen kann, was halt Zass ist, weil ich ja diesen Buddy in der Runde davor, Thor Atman war ja der Buddy und Koray ist ja da hochgedaufen wollte, emergency, dann steht der runter. Du müsstest doch eigentlich gesehen haben, dass ich vor dir gerannt bin. Also, aus dem Grund. Mach mal schnell, Eli, mach mal schnell. Okay, danke, Leute, weil ich hab ja die Leichen gefunden. Nice, nice, nice. Also, Leitzmann aus, Eli Gerda rennt nach unten hin, liegen da drei Leichen rum. Alle drei Elektriker. Also, ich sag einfach mal so, Miki, ich vertraue dir blind. Also, erster Toll war, Bucher ist es. Ich sag's euch so, wie es ist, ein kleiner Fehler dürfen wir nicht mehr machen. Bucher ist es nicht, sonst hätte er das Spiel nicht verlassen, sondern hätte weiter Task gemacht. Eli war auch schon ein bisschen komisch bei mir. Will ich jetzt nicht als Vorwurf machen. Wir waren die ganze Zeit an den Camps. Ich glaub, du hast auch das Ganze gesehen, Miki. Wir, du und Miki. Ich und Miki waren die ganze Zeit an den Camps. Willi, ich bin bei dir, ich geb dir jetzt den Coin, die sind safe im Vent. Das war ein Doppelkill, die sind im Vent. Eli, wo bist du genau? Ich bin direkt in Elektrokill drinnen. Direkt in Elektrokill. Riesen Koray ist es. 20 Sekunden, ich möchte kurz nachsagen. Riesen Koray, Riesen Koray, Riesen Koray. Willi steht bei mir an den Camps. Riesen war auch bei mir. Kann eigentlich nur... Aber wo war ihr am Ende? Riesen Koray sein. Nein, nein, nein. Ich kann es nicht reden sein. Riesen waren bei mir bei den Camps. Nein, nein, nein. Digga, ich hab das doch reported. Ich hab das doch reported. Was? Ich hab das doch reported. Wieso geht ihr auf mich? Ich glaub das alles nicht. Danach auf Koray. Also das ist respektlos. Weil die anderen bei mir bei den Camps stand. Nein, 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 nein. Wie kommen die denn auf mich? Das ist ja respektlos random gewesen. Das war ja krass random. Ich beschütze Willi und Miki. Mann, Jungs, ihr macht einen Riesenfehler, wenn ihr mich jetzt ausholtet. Koray. Koray. Nein, das ist dumm. Nein. Nein. Doch, doch. Doch, doch, doch. Wenn es Koray nicht ist, spiel ich hier nie wieder mit. Guck mal, ihr sagt doch null selber, dass ihr geís hier nie wieder mitgefißt. Aber sind wir uns sicher, dass ihr eins nicht seid? Ihr sagt doch selber die geile Kontrolle.... Derred der Film von mir war so krass eigentlich. Digger, warum habt ihr denn mich rausge plotting? Warum war damals rausgeflogen? Mann, Jungs. Dass ihr dich hier falsch native lucky. Ja, wirklich? Richtig. Warum hast du reportet? Eli sagt drei Leichen einfach. Ja, das war dumm. Das ist relativ simpel. Das haben die nicht gecheckt. Reason konnte es nicht sein, deswegen muss ich alle überzeugen, weil Reason an dem Camp stand. Ja, dann gehen wir doch auf Kuchen und nicht auf Milch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.